Das AXA Ford ist ein handliches Faltschloss, das dank seiner flexiblen Gelenke und seines geringen Gewicht mühelos in der Handhabung ist. Das Produkt ist in zwei Varianten erhältlich, das Ford mit 85 cm und mit 100 cm Länge. Das Schloss steckt in meinem Halter am Fahrrad und ist somit leicht zu transportieren. Lösen Sie den oberen Clip, um das Schloss aus dem Halter zu nehmen. Öffnen Sie das Schloss mit dem Schlüssel. Falten Sie das Schloss zwischen die Speichen oder an einem Pfosten und schließen Sie es ab. Da sich das Schloss unten am Halter befindet, ziehen Sie es einfach heraus. Dadurch passt das Faltschloss an alle Raben. Das AXA Ford hat eine weiche Umhüllung, so dass es nicht zu Kratzern am Rahmen Ihres Fahrrads kommt. Falls Sie Ihren Schlüssel verlieren, kein Problem. Einen extra Schlüssel können Sie einfach und sicher auf der Webseite von AXA nachbestellen. AXA Ford. Stark, leicht, kratzfest, passend für alle Rahmen.